hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier ist wieder euer stürme ja heute habe ich für euch eine premium gold tüte der adrenalin xl fifa 365 2019 und ja eine premium gold tüte kostet 9,99 ich habe auch schon einen privat geöffnet das ist schon mein zweiter ja hier haben wir ramas hier haben wir das müsste continue sein das müsste levandowski ist sowieso sein das weiß ich und hier haben wir kilian im pp ja und wir starten nach dem intro so jetzt habe ich für euch hier ein premium gold booster ja hier unten steht dann glaube ich noch drauf was enthalten ist jede premium gold tüte enthält eine premium tüte in drei exklusive premium gold für limited edition katz und eine limited edition online game card produkt erhält nicht lang der vorrat reicht kann man das lesen ja so ja wie gesagt ich habe schon einen privat geöffnet das schon mal zweiter also ich habe schon 20 euro ausgegeben ich weiß bin ein bisschen verrückt aber egal ich würde ja auch wäre hier die diesen limits hier wird ich gerne verlosen wenn ihr sie wollt also alle hier mit der online card hier weil ich habe ja schon eine so hier haben wir die premium gold türen im pp kader steht hinter dem kilian im papier steht dann premium gold dann haben wir hier rahim sterling und als letztes haben wir für liebe continue was ihr dafür tun müsst das sage ich euch am schluss weil jetzt kommt ja noch der andere booster der premium booster erstmal müll hier so ja hier seht ihr wer alles drauf ist also die kann man auch einzeln kaufen hier also man muss jetzt nicht hier zehn euro ausgeben ich glaube hier kostet einer fünf euro alleine steht hier auch drauf ja ist egal wir öffnen denn jetzt vielleicht habe ich ja irgendwie glück und es ist eine red dran oder sowas keine ahnung die special cuts machen wir nach hinten so hier haben wir luis adriano oliver torres hirving lozano dann haben wir amine harit daniel schwab franco tisando dann haben wir hier eine multiple suarez continue und messi total gold 86 dann haben wir hier julian traxler premium premium limited edition die habe ich leider noch nicht also die kann ich nicht verlosen dann haben wir manchester city club badge und hier haben wir dann pablo perez als fans favorite so jetzt kommen wir hier zu den premium gold limited editions und die online kart hier und zwar schreibt mir in die kommentare hashtag premium gold und dann werde ich das auslosen und dann wird derjenige angeschrieben ja das war es dann auch schon ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal und ciao 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 ciao